So, meine Freunde, da bin ich wieder mit Let's Play. Zurück in die Zukunft der Spiele und mir ist von der Spiele abgestürzt, irgendwie. Naja, ja, geht jetzt weiter. Etwas niedrigen Auflösungen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter schlimm. So. Tourismusministerium. Haarschnadeministerium. E-Bown. Ich habe mir für alles einen Raum. Oh, was war das? Okay, hier geht es rüber. Wo steht Biff denn? Biff Tennen. Ah, da. Biff? Hey, du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. Drei Monate in Folge Brown Cadet des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Was mit wer? Wer? Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist. War da Doc Brown drin? Ha, Doc! Das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, äh, unglücklicherweise, bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin? Ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter... Mistkerl. Ich weiß nicht, warum du das zu einem Sonderfall machst. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen? Verstehst du? Ja. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Oha. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bohle. Das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken. Ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Oha. Oh Gott. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Na sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Oha, das war so bescheid. Es ist Edna natürlich. Ach ja, und sie hasst ja Hunde deswegen. Dann gibt es in Hill Valley keine Hunde mehr? Genau. Bürgerin Edna sagt, dass sie Krankheiten verbreiten und Schuhe stehlen. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln. Aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Oh Gott, ist ja schlimm. Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Ja, das glaube ich dir, du armer Kerl. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Ja, nichts. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der erste von Hill Valleys Bürger Plus. Äh, Plusse. Plussen? Ja, herrlich. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Polo-Shirt-Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Geil. Toll. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger Plus Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Was? Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Dann müssen wir dich wieder motivieren. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege. Bäh. Du warst ein echter Schläger. Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Oh Gott. Quäl mich nicht. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Morten. Mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Oh, 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 oh. Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die klasse Digital-Uhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Wow, echt heftig. Was muss man tun, um ein Bürger Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich. Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. In etwa zwei Jahren. Zwei Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Okay. Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Ja, natürlich. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem einständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf. Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow, wow. Hypnotherapie? Ja, klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Oha. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger Plus Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Ja, natürlich. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay. Oh, nicht traurig sagen. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Was hat Jen jetzt vor? Tja. Sie geht dahin, wo früher die Spelunke war. Ihr wisst ja, die Suppenküche und so. Die Spelunke. Ach, die Suppenküche ist immer noch hier. Ist ja geil. Hey, kannst du nicht lesen? Oh, du bist Smackfly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf Spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll. Wer war denn immer Leech? Äh, hab ich verpasst, glaub ich. Naja. Ah, okay. Zugemauerte Eingang. Müll. Munitionskiste. Nehmen wir mal zum Müll. Jetzt muss ich hier anstellen, damit ich hier... Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor, von vor 50 Jahren. Ach, nee. Holzbrett. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Okay. Okay. Sie haben den Eingang zur alten Ten-Bar zugemauert. Okay. Okay, da hochkomme ich schon mal nicht. Aber doch komme ich. Hä? Die führt zum Submo. Leech ist da drin. Mir wäre es lieber, er käme raus. Okay. Aber wozu sollte das gut sein? Okay. Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Verschlossen. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Hör zu. Ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachs... in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior-Brown-Regade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem beschädigten öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein. Du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Ähm, irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Ach, Mann. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey, du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach? Nicht mit dir. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren? Was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rum erzählen. Ist Graffiti-Schmierer reinigt ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymer-Beschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor. Wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Mämme. Okay. Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth-Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Also, Jennifer. Aha. Was denkst du von mir? Nichts. Hm. Mal im Ernst. Was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Martin McFly ein Idiot? Unmöglich. Er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. Du tust so, als sei ich ein Abtörner. Doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu. Nur weil du mir leidgetan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einser-Schüler. Einser-Schüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Meine Eltern... Was ist mit ihnen? Hältst du sie für... Normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Hast du dort Neues von Biff Tennant erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger-Plus-Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger-Minus. Was weißt du über das Bürger-Plus-Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt. Und im Radio, in den Zeitungen. Und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger-Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Bürger-Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich werde Bürger-Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger-Brown? Ja. Vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Ach ja. Mach mal da gleich jetzt. Gängst du mit einem anderen aus? Ich glaub deine Farbe- Ah, okay. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Okay. Gib mir mal eine Sprühdose. Ähm. Sehen wie Strafzettel aus? Muss ich Strafe zahlen oder so? Tja, das weiß ich nicht. Vielleicht als wer weiß, dass wir straft hier da sind. Da steht mein Name drauf. Damit können sie nicht anfangen. Ach, schade. Guck mal, jetzt ist er. Da steht mein Name drauf. Hm, ich lass mir mal einen Hinweis geben. Hm, ja, hab ich schon. Hab ich? Ah, nicht mehr. Stehen da. Hab ich doch schon. Verschlossen. Okay. Dann muss ich einfach weiterlaufen.